Hallo Freunde, heute werden wir, wie ich letztens gesagt habe, anfangen die Kartoffelfarm zu bauen, damit ihr seht, wie ich das mit den Pisten und der Ente Maschine da unten geregelt habe. Ja, wollen wir uns nicht lange aufhalten, fangen wir am besten direkt gleich damit an, aber ich muss vorher mal gucken, ich hatte glaube ich, genau, die Musik muss noch raus, fast vergessen. So, jetzt aber, fangen wir mal an. Also, ich habe das schon ein kleines bisschen vorbereitet, wenn mir das nicht mehr allzu weit ist, hat den Raum schon mal so weit ausgehöhlt. Oh, wollen wir auch hier irgendwo? Naja, sollen uns nicht weiter stören. Also, hier auf dem Boden kommen wir jetzt erstmal Steinziegel hin. Das ist jetzt nur für mich. Normalerweise kann man auch eine Etage höher machen, dann Erde drauf machen, aber wenn ich meine Etage jetzt tiefer was baue, dann sehe ich sofort, aha, da oben ist was, da hatte ich was gebaut, da darf ich nicht durch. Wie hier zum Beispiel, da kann man es schon schön sehen, da sind die Steinziegel. Das ist dann die oberste Farm. Weil sonst, wenn nur Erde ist, dann denkt man nach, kann man doch trotzdem einfach durchbauen. Und durch die Steinziegel weiß man, aha, da ist was, sollte man vorsichtig sein. So, auch an der Bahn hier nach. Dann haben wir das weg. Dann müssen da jetzt Pisten hin. Habe ich die eigentlich dabei? Äh, nein, natürlich nicht. Dann machen wir mal nach oben. Da müssen wir im Prinzip haben, ach da, 16 Pisten. Guck mal, wie viele wir haben. Da sind keine. Da waren sie doch. 13. 14. Dann noch welche? Nein. Dann machen wir uns eben nochmal welche. Da brauchen wir nur noch drei Stück. Ähm, das war Stein. Ne, Quatsch. Koppelstein brauchen wir. Da müssen wir eigentlich hier noch was haben. Stack mitnehmen. Eisen. Haben wir. Ritstone haben wir auch. Brauchen wir ja sowieso nachher. Ja. So, Focken kann ich mir auch noch welche machen. Warte, zwei Stück. Da muss ich eigentlich mit auskommen. Gehen wir nur mal ein. Die ganz normalen. Ah, Holz fehlt noch. Ich habe eigentlich Holz mit. Ja, aber leider zu wenig. Dann, da ist keins. Hier ist Holz. Das gehen wir noch auf Tasche. Den brauchen wir auch noch mit. So, jetzt sollten wir was alles haben. Ritstone, Eisen, Koppel und Holz. So. Wir brauchen noch drei Stück. Dann haben wir unsere 16 Stück. Dann gehen wir da runter. So, die kommen jetzt hier hin. Wenn ich mich nicht vertan habe. Gut. Dann brauchen wir Erde. Alles ausfüllen. Gut, dann kommst du rein höher. So, wenn wir mal sicher gehen. Lässt du halt eigentlich noch gut ausgeleuchtet sein. So, du kommst auch weg. Du auch. Du auch. Oh. Ach, ein einziger fehlt. Dann ist das ja die Möglichkeit. So, jetzt aber. Dann. Haben wir das soweit schon mal klar. Das war natürlich blöd, weil... Wie hören wir jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, dann können wir die nämlich wieder weg machen. Weil hier kommt ja... Genau. Steinziegeln. Machen wir das auch mal direkt frei hier. So. Dann. Machen wir das auch mal direkt frei hier. Weil du kommst weg. Und hier ein bisschen frei. Da muss sowieso frei. Jetzt haben wir mal eine Klocke drauf. Hier haben wir auch noch drunter. Dann müssen wir noch ein tiefer. Hier kommen die Kolben hin. Dann kommst du weg. Dann kommst du auch weg. So. Und wie immer. Wie ich sagte. Eine Reihe tiefer. Wieder. Dann die. Die Steinziegel. Damit ich weiß. Da drauf ist was wichtiges. Was man ja so unter der Erde nicht erkennen kann. Aber wenn da jetzt nur Erde wäre. Oder normaler Stein. Und ich würde jetzt eine Redstone Fackel drauf machen. Das sieht man ja von unten nicht. Pisten erkennt man ja von unten. Also da ist halt ja nicht schlimm. Dann kommt hier Redstone hin. Dann kann man sich nämlich die andere Fackel sparen. Dann kommen hier die Kolben hin. So. Das wird hier noch frei gemacht. Ich glaube das muss ich so recht haben. Ich meine so reicht. Ich muss jetzt aber mal eine Fackel hin. So. Dann haben wir noch. Da haben wir jetzt brauchen wir noch Repeater. Habe ich davon welche auf Tasche? Ja. Zu wenig. Ich denke noch mit um ihn neu zu machen. Lass mal da hin. Oh Gott Mensch. Äh. Repeater. Im Prinzip ist das ja ein Verstärker. Redstone Fackeln brauche ich. Stein. Gut. Das heißt ich brauche erstmal Redstone Fackeln. Nehmen wir auch mit. Äh. Die Stein brauchen wir sowieso. So. Ich brauche jetzt im Prinzip. 1, 2. Hier sind es 8. Da drüben brauche ich auch 18. 16. Plus. 4 glaube ich. 16. Das müssen wir nicht glauben. Ich mache mir mal 20 Stück. Da müsste es eigentlich schon passen. Wenn ich mich da nicht vertue. Machen wir uns mal 20 Stück. 20 Stück müssen richtig sein. Aber ich brauche im Prinzip. Da müssen dann 40 sein. So. Stein. Dann die Redstone Fackeln. Redstone. So. Ja. Jetzt will ich nicht Redstone. Der ist halt in der Möglichkeit. Dann nochmal. Stein. Stein. So. Kommt die wieder weg. Dann weiter freimachen. So. Auch hier wieder. Steinziegel runter. Genauso wie hier. Die Kohle. Die Kohle. Die könnte ich eigentlich immer kurz abgreifen. Wenn wir schon mal hier sind. Ich kann jetzt kurz ein Licht hinsetzen. Also zu. So. Fackeleck. so das passt soweit dann kommen jetzt hin stufe 1 kann ruhig bleiben schon richtig ist ja nur dafür damit die angesprochen werden so wie das hier verbunden das passt soweit ich muss dann kommt hier ein redstone hin 123 auf volle stärke so jetzt im prinzip wenn das da hinten rüber geschoben wird connecten die hier über die redstone verbindung dadurch geht dann hier der strom weiter bisschen verlängert und dann gehen die an schieben die ganze anlage wieder zurück gleich müssen wir jetzt hier auch machen muss auch verbunden werden da ist auch wieder hier repeater dran ein tiefer für der stein runter machen können ziegelstein hier kommt dann auch wieder die redstone spur hin bleibt auf stufe 1 sind jetzt verbunden so dann geht das hier weiter ich muss mal gucken wieso wurde ich denn den knopf gemacht der war direkt 48 unterteilt noch einer rein weg hier so jetzt wird er wieder stein ziegel dann kommt hier wieder oben automatisch direkt schon mal ein stein ziegel hin dann brauche ich jetzt einen knopf einer reicht muss der stein knopf sein weil da die verzögerung nicht so groß ist mit dem holz knopf wird es nicht funktionieren müsste man da die mehr repeater machen knopf dran einmal kurz eine kontrolle machen die fakult die wird dann gleich verschwinden dann nehmen wir direkt mit jetzt auf den knopf drücken funktioniert jetzt sollte es eigentlich schon funktionieren da und wird sofort zurück geschoben und die pisten fahren wieder ein dann muss natürlich noch was denn ich glaube da müsste hier drunter gewesen sein da ist das wasser drunter das heißt genau hier das gleiche auch wieder stein ziegel rein dann kommt dann hier der wasser spot rein hier genauso eins zwei drei wenn das jetzt hier wie immer kennzeichnet stein ziegel gleiche auf anderen seite auch nehmen wir auch noch mit wenig liegen gelassen und das gleiche auch wieder hier kommt da auch das wasser rein dann wird der raum im prinzip nur noch wieder oben verkleidet das kann man hier dann im prinzip schon zu machen das brauchen wir so nicht mehr hier müssen wir eh nicht mehr dran das ist gut dann werde ich ihn jetzt noch verkleiden ihr wisst jetzt wie das aufgebaut ist wie gesagt ist ja ganz simpel braucht nicht viel platz gut man kann natürlich wie gesagt mit dem wasser werden natürlich dann weniger ressourcenverbrauch aber so ist das schon praktischer man ist mal was anderes man muss ja nicht mehr diese wasser spots nehmen und die gehen ja auch nicht ganz so lang da müssen wir die anlage auch dann eine etage wieder runter versetzt dass das wasser runter fließt oder man alles in der mitte spülen lassen und so geht es auch schneller gut dann beende ich die aufnahme hier verkleide das jetzt noch gleich auf screen und dann sehen wir uns beim nächsten mal weiter bis dann weiter ach ein weiter weiter Vielen Dank.